Komme ich jetzt zurück geflogen oder bringe ich mich einfach um? Ist hier ein Höhlen-System drin? Ich glaube hier ist hier ein Höhlen-System in dem Ding. Warte mal. Was ist denn das Blaue hier? Keine Ahnung. Das weiß nur der liebe Gott. Nicht mal der. Hätte den nicht alle gemacht. Der Arsch. Keine Ahnung, lol. Der braucht schon ne Verkleidung. Was? Na, der braucht schon ne Verkleidung. Oh, ich verkleide mich manchmal zu Batman. Kannst mitschmeißen. Ist überall drin. Oh. Gerade wo wir von Gott reden hier so ein Kreuz in dem. Mit den Astroiden eingraviert. Ja, nice. Alle Brossen und Zweiten. Gott war hier. Merkt euch jetzt. Du musst jetzt hier so stehen. Ich weiß. Was? Oder Jesus war hier. Ich weiß nicht. War auch ein Schubsruster. Zweiter. Oh, er hat doch keine Höhlen-System. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Definitiven Ausflugwert. Dafür werde ich aber einen. Schubsruster werde ich hier unten nehmen. Ich werde den. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Wieso siehst du es weg? Damit er das was sein kann. Mach den noch. Dahin? Ja, genau dahin. Was hast du jetzt gemacht, Alex? Komm ins Boot. Oh, jetzt ist es zu spät. Und ich habe so entschieden, um wieder herzukommen, so schnell wie möglich. Und ich wurde die ganze Zeit einfach nur tot aus der Medic Station geschossen. So. In der Werk, da würde ich oben positionieren, keine Ahnung. Also. Oh, das war ganz gut. Oh. Oh, das war ganz gut. Ich brauche noch einen zweiten. Praxem. Einen davon. Bam. Haben wir nur Silber. Nein, haben wir nicht. Müssen ein bisschen Silber produzieren. Müssen ein bisschen Silber produzieren. ... Okay. Okay. ... ... ... ... ... ... Was sind die los, Alter? Warum seien die alle auf einmal so ruhig? Ich bin gerade konzentriert dabei, im Kopf zu versuchen zu merken, was man, oder was wir für jeden Einzelnen für den Reaktor brauchen. Habt ihr noch Large Steer Tubes irgendwie im Inventar? Nee, bin gestorben. Okay, dann haben wir da auch keine mehr. Davon auch noch einen. Zehn Computer. Verstarb, danke. Das Schiff ist so schön. Ja, ne? Das Zeug wieder rein dringen. Okay. Ich wollte dich gerade umbringen, aber da bin ich selber gestorben. Hi. Das wackelt immer noch so stark. Brauchen Schiffe Masse, damit sie nicht mehr so stark wackeln? Wisst ihr das? Vielleicht. Kann sein, ja. Würde Sinn machen. Das heißt, wir brauchen jetzt echt noch ein bisschen Stahlplatten. Oder du, Deal ist einfach damit. Dealbefehl. Schwankt auch gar nicht so toll. Schwankt genug, um das Ding zu tun. Häft den Wälder auf! Nimm mal! Häft den Wälder auf! Warum? Ja, wir haben noch genug Stahlplatten, oder? Ich glaube, wir können ein bisschen... Es gibt jedes Mal weniger. Gucken wir auf dich nächstes Mal nachspawner. Ich glaube, das liegt daran, weil da eine Block da drüber ist, also der Thruster. Das ist zu eng. Es liegt an dem Thruster. Der Thruster macht das! Okay, 8, 8. Ich rate 8 aus 8. Oh. Ich brauche uns der Zauber zu Ende. 2 Jahre reicht der Sprit. Das ist schön. So. Mh. 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 wenn ich jetzt so ein paar schwere dinge angeballert die kosten sogar zu viel glaube ich ach ja im verhältnis zur masse du hast ja jetzt gar nicht sagen ich mal keinen platz gargamel hat auch keinen platz in seiner hütte und trotzdem wohnt er da mit einer kotze der fängt auch hier mit den schlümpfen die steckt er in seine strümpfe er fängt schlümpfe in käfigen wo sie zweimal durch passen und durch die geteilt um die sind eigentlich schon ich kann meine schlümpfe wenn du so dach wenn du auch denkst mal gucken tatsache oder wir tun so vor ist aber ein bisschen weniger oder wir tun so vor mach mal hier dann müssen wir schon was richtiges meinen stein brauchen wir nicht so wirklich naja dann los das ist schon mal weniger als beim ersten versuch aber immer noch zu viel für meinen geschmack die diese manche was mitgebracht wo bist denn du warte ich komm zu zum schiff nein 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 wo ist denn das Da rollst du weg, holst du, schnell, holn dir, komm ich spiel Fußball, Mondfußball, alter wie Geschwindigkeit aufnehmen, da ist er weg, ja da geht der, hab ihn, naja, das trifft sich zu der Scheiße aus, das trifft sich, also das, mit dem ich rumgefliege, Ja da geht's nicht. Wie höp, 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 höp. Es ist ein Stein! Oh! Wow! 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 Great, mate! I will end off end! Wuuuui! Es ist erstaunlich schwierig, das Ding hier zu meinen! Good night, Sweet Prince! Oh wow! Oh! Wir spielen Versteck den Stein! Okay Seele, du musst jetzt rein ins Boot! Ich versteck den Stein irgendwo und du musst ihn finden! Okay! Dir! Okay! Irgendwo in der Höhle! Haha! Nee, das ist nicht so! Also nicht im großen Astro ihn verstecken! Okay, kannst ihn suchen! Wo er schon irgendwas Neues produziert! Keine Ahnung, wir sind beschäftigt! Also nicht im großen Astro ihn, aber ansonsten ist okay! Oh! Du bist schon sehr warm! Du bist warm, aber auch kalt! Weil erstens schwitzt du wahrscheinlich in deinem Raum und zu, ganz meistens bist du mit drauf! Ja! Jetzt bist du ja wieder wärmer als wie ihm! Jetzt beginnt es wieder kälter zu werden! Jetzt wirst du ja gar nicht wieder wärmer, jetzt wirst du wieder kälter! Hahaha! Da liegt der! Okay, ich verstecke mich jetzt in dem Boot! Und du musst den Stein wieder verstecken! Okay! Okay! Warte! 10 bis 10! Nein, warte! Nee, hast du Zeit! Ich werde das noch da! So ruhig! Ja, ja, ja klar! Ich bereue mich gerade auf das Zoomen vor! Du kannst es schaffen, du bist der Beste. Ich bin sexy und ich weiß es nicht. Kann ich jetzt auch meinen Spieler bestätigen. Da tappt man mal kurz raus. Ich wollte gerade sagen, dass es doch sicher raus wird. Klar, leute ich gar nicht. Ich nehme mich auf. Ich kann ja. Was gab es denn so tolles Feindes auf dem Desktop? Nix. Ich hab einfach Musik angemacht. Die ganze Zeit muckern. Wir sind bald fertig, ne? Mit der Aufnahme? Eine halbe Stunde noch. Eine halbe Sekunde noch? Ah! Hm? Huh? Ne, warte, alle heute nicht pünktlicher wie ich. Außer Kevin, er wohnt ja in dem Schnellen. Jede war heute fünf Minuten zu spät. Ne, zwei. Ne, 16.59 war Aufnahme im Beginn. Okay. Warte, Kevin, dir das nicht erzählt. Ne. Warte, ich bin nur drei Minuten zu spät, weil ich zwei Nacht da war. Mir egal. Aber Kevin mir auf den Sack ging mit, siehst du okay, ja? Und dann meine ich so, ne, 16.59 bitte. Ja, dann würde ich es weiter... ... Nun Das war's. Vielen Dank.